Jawohl, da sind die Bullen wieder. Sie haben sich zurückgemeldet und das auf breiter Front. Gute Nachrichten von den Aktienmärkten. Es hat nicht irgendwie gereicht, dass man schlimme Marken durchstoßen hat und dementsprechend scheint es so, dass die Marktteilnehmer jetzt die Käuferseite wieder spielen wollen. Insbesondere deshalb nicht unattraktiv, weil das Ganze auch noch vor einem Wochenende passiert. Man hätte ja auch sagen können, jetzt warten wir mal ab. Wir sind eh unsicher. Wir trauen dem Braten nicht. Ich würde mal vorschlagen, wir warten mal tapfer und dann machen wir irgendwie was. Nein, die Marktteilnehmer haben sich vor dem Wochenende noch dafür entschieden und das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass man wenig dort Negatives im Moment sieht. Egal, welche Nachrichten gerade draußen sind, die sind nicht so schlimm. So ist zumindest das Marktverhalten. Das passt durchaus in die charttechnische Situation. Wir hatten ja hier eine erste Unterstützungsmarke, eine erste Unterstützungszone hier aus verschiedenen Hochs und Tiefs. Fibonacci hatten wir hier auch noch im Cluster. Das war das kurze Bild sozusagen. Die nächsten Zonen waren ein bisschen tiefer, 15.500. All das hätte passieren dürfen, ohne dass das Bild kaputt geht auf der Longseite. Ist es jetzt also sicher, dass der Kurs ab jetzt nur noch nach oben stürmt? Naja, sicher ist es an der Börse so eine Sache, aber im Moment sieht es danach aus, als ob wir hier eigentlich gute, beste Voraussetzungen, kann man fast schon sagen haben, dass der Kurs weiter nach oben geht, mehr oder weniger direkt. Es wird zwischendurch nochmal Rücksetzer geben. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob es vielleicht nicht dazu kommt, dass der Kurs nach dem nächsten Überschreiten, also neues Allzeithoch, nicht doch nochmal eine Pause macht da rein. Aber das überlegen wir uns dann, wenn der Kurs da oben ist. Also damit müssen wir noch rechnen, dass das unter Umständen passiert. Und zwar deshalb, weil der Rücksetzer relativ klein ist und ich nicht so 100% unterscheiden kann, ob das nicht jetzt hier tatsächlich erst noch die vierte Welle war, dann die fünfte jetzt kommt und anschließend nach der fünften eben der Rücksetzer. Das würde mich gar nicht mal so sehr wundern, denn da dieser Anstieg sehr dreiwellig ist in einer Stelle, wo es typischerweise nicht dreiwellig sein sollte, ja, habe ich den Eindruck, die Gefahr besteht noch. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, das ist aber jetzt nicht, dass das Leute, ich bin mir ganz sicher, dass das so passiert, aber ich habe den Eindruck ein bisschen, dass wir hier den ersten Teil der Korrektur, zweiten Teil der Korrektur haben und hier hinten hätten wir entweder ein Flat oder ein Dreiweller bekommen können, entweder Double Sideways oder Flat eben insgesamt. Das müssen wir jetzt nicht austreten, aber dann wäre das quasi insgesamt die vierte Welle, auch wenn sie sehr breit ist im Verhältnis zu diesem hier. Das ist so die Krux, da kann man nochmal drüber streiten. Nichtsdestotrotz beste Voraussetzung eigentlich, dass wir ein neues Allzeithoch in Kürze bekommen. Vielleicht jetzt nicht mehr vor dem Wochenende, das wird beim Index sehr knapp, aber in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen einen Anstieg bis neuer Allzeithochs halte ich für sehr realistisch und dann können wir gegebenenfalls an den internen Bewegungsgrößen oder Bewegungsmustern erkennen, wenn es so irgendwie aussieht, ah, weiter, weiter, weiter. Wenn es dann zwischendurch dann irgendwann mal so aussieht, ah, vorsichtig, dann geht doch nochmal ein bisschen mehr Pause. Nichtsdestotrotz alles in einem übergeordnet bullischen Szenario. Wir haben ganz häufig drüber gesprochen. Da erzähle ich euch jetzt nichts Neues oder das alte nicht nochmal. Gucken wir kurz auf den 15 Minuten Chart. Das ist quasi dieser Anstieg und hier haben wir, auch wenn man es vielleicht nicht super deutlich erkennen kann, aber in etwa auch, komm, das zeigen wir uns, gucken wir uns das doch gerade beim Future an. Wir haben es doch vielleicht noch ein bisschen einfacher. Das ist im Prinzip, das haben wir gestern gezeichnet. Ich hätte es mir gewünscht, dass es hier ein bisschen intensiver noch angeht. Ihr seht, das hat er hier nicht gemacht. Man konnte das hier nicht erkennen. Ja, das ist aber schön, ich mache es mal groß, dann seht ihr es besser. Das ist aber schön doof, sonst wäre ich hier long gegangen. Ja, das kann durchaus passieren, dass der Markt das unübersichtlich macht. Ich hatte ja gestern gesagt, ich halte das nicht für das typische, ein mögliches Szenario, dass das eine dreiwellige Korrektur ist, aber aufgrund dieser Länge nicht das typische. Nichtsdestotrotz, spätestens jetzt, nachdem der Kurs weiter ist, wissen wir, das ist eine große Korrektur in dieser Aufwärtsbewegung. Jetzt kann man sagen, naja, jetzt im Nachhinein hilft mir das nichts mehr. Doch, 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 das hilft mir auch im Nachhinein. Denn wir haben hier eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Hier haben wir die erste große Korrektur. Dann haben wir hier wieder irgendwie sowas in dieser Art. Und jetzt würden wir ja wieder etwas erwarten, das in etwa dieser Geschichte hier entspricht. Ich habe es jetzt bewusst mal wild gezeichnet, einfach mal als ein Kontrapunkt. Hier einige kennen das Pattern-Alternation, müssen wir jetzt nicht ewig breit treten. Das heißt, dass ich das jetzt erkenne, hat mir zwar nicht geholfen, vielleicht um hier ein Entry zu finden. Vielleicht auf einer ganz kurzfristigen Ebene hier, aber vielleicht auch eben nicht. Vielleicht hat mir das da nicht geholfen. Aber ich weiß, wenn es ein Fünfweller wird, bräuchten wir eine ähnliche Korrekturgröße jetzt nochmal. Das heißt jetzt zweierlei. Erstens, ich habe ungefähr eine Idee, auf was ich jetzt warte. Ich muss also damit rechnen, dass selbst im bullischen Bild eine Größenordnung der Korrektur kommt, die in etwa so in dieser Größe ist. So ganz grob. Das ist beim Future hier 15.950. Also hier irgendwie dann nochmal so ein bisschen zurück. Man kann das hier als vierte Welle auch als Orientierung nehmen. Also dieses Gezappel, was wir hier hatten, so 2. Juni im Morgens heute war das. Also irgendwie was in der Richtung wäre nicht untypisch. Manche eine will vielleicht noch den Gesamt-Fibonacci für die vierte Welle messen. Das ist ja immer ein bisschen verkürzte Fibonacci-Levels. Nicht meine klassischen 38, 50, 61, sondern die verkürzten 23 bis 38. Also ihr seht, die da unten, die 50er Marke ist schon ausgedünnt. Und wir wollen ja eigentlich überhaupt nicht, dass er hier mehr unterschreitet. Vorläufig zumindest mal für das bullische Bild. Also wenn es jetzt in etwa so aussieht, irgendwie hier korrektiv runter, dann haben wir am Ende der Korrektur, ihr wisst, wie wir Korrekturen einschätzen können, das Ende entweder Zwischenhochbruch oder aber wenn er im Kleinen sowas macht hier, dann hätten wir hier einen wunderschönen impulsiven Anstieg. Und das ist ein wunderbares Zeichen für die bullische Seite und bietet nachher auch nach der nächsten größeren Korrektur die nächsten Einstiege und so weiter und so fort. Also da wiederholt sich das Bild auf den verschiedenen Zeitebenen. Deshalb sagt man auch Fraktal dazu. Also insofern ist das Bild aktuell gut. Ich fände es jetzt nicht so schön beim DAX, ganz ehrlich, wenn er aber im Future ungefähr die 15.800, 85er Marke, jetzt nicht Millimeter genau, aber das Zwischenhoch hier rausnimmt, beim Index wäre das ungefähr die 15.862, sowas in der Richtung. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht sehen. Also wenn er jetzt hier irgendwie eine Korrektur macht, alles gut, passt, wäre in Ordnung. Wahrscheinlich heute nicht mehr so großartig, aber dann vielleicht am Montag. Das wäre alles in Ordnung. Damit müssen wir rechnen. Nur wenn er da durchgeht, dann wäre das dreiwellig oder ein Anstieg mit Überschneidung. Alles nicht optimal für die bullische Seite. Vorläufig sieht es aber nicht danach aus. Also sieht es erst nochmal nach einem, wie ich finde, erstmal weiterhin bullischen Szenario aus. So, gucken wir mal, gerade für die, die Intradent noch was handeln wollen, an, was die Amerikaner machen. Da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. In etwa Schub hier hoch, Korrektiv hier runter und jetzt die Fortsetzung nach oben. Hier war eine Trigger-Marke, eine etwas aggressivere war da. Wir haben es mehrmals besprochen. Also das ist jetzt, sollte euch nicht wirklich überrascht haben. Also das ist keine Garantie, nur weil wir darüber gesprochen haben, dass das so passiert. Aber wenn es dann passiert, dann weiß man vorher, ah, okay, das ist ja offensichtlich dieses Bild. Da kann ich jetzt, wenn ich will, wenn ich meine, dass ich sowas umsetzen möchte, dann entsprechend ein Trade formulieren. Das ist jetzt ja also nicht so, damit konnte man jetzt nun gar nicht rechnen. Nein, nein, es ist im Prinzip das Bild, womit wir ja die letzten Tage immer argumentiert haben, dass das das bullische Bild dann auch noch mal initiieren würde für einen Long-Einstieg. Also insofern, es sieht dann nachher aus, Schub hoch, Korrektiv runter und eben die Geschichte. Und jetzt hängt es davon ab, jetzt möchte ich idealerweise, dass er dann auch noch diese Hochmarke hier durchstößt. Das ist das Hoch gewesen vom 19. Mai, 33,720. Was ich jetzt nicht sehen möchte, ist so eine ABC, die haben wir. Und dass er jetzt Schub runter geht und wackelig. Ja, das wäre jetzt nicht gut. Ein Überschneiden, wenn es ein wackeliges Runterkommen und Überschneiden dieser Marke ist, wäre das noch nicht schlimm. Das könnte ja durchaus eine kleinere Korrektur sein im Verhältnis zu dieser mittleren hier. Also diese Korrektur, ich mache das nochmal. Ich mache mal hier die bunten Linien weg, die brauchen wir ja nicht mehr unbedingt dafür. Also sprich, das ist kein Kriterium, um zwingend jetzt zu sagen, oh Gott, die Welt bricht zusammen, wenn er dieses Hoch durchstößt. Denn es ist ja denkbar, dass er nach dem Anstieg einer großen Korrektur jetzt einen Anstieg kleinere Korrektur macht. Solange das Korrektiv runter geht, ist das alles in Ordnung. Was nicht doll ist, wenn er das jetzt nochmal durchstößt. Da muss man sich dann ernsthaft die Frage stellen, warum? Was auch nicht so optimal wäre, ist, wenn er jetzt sehr steil und sehr lang runter geht und Korrektiv. Denn dann wissen wir, ja, dann passiert das ja nochmal. Und dann kann ich hier schon erkennen, dass er mir hier die unteren Tiefs raushaut. Also da brauche ich gar nicht auf den Bruch hier unten zu warten, sondern ich kann das hier schon bei den Zwischentiefs hier abschätzen oder erahnen, dass das noch passiert. Denn was vorne passiert, passiert hinten halt auch gerne nochmal. Wenn ihr euch das nicht so genau bewusst seid, das, was vorne ist, nach einer Korrektur, ist eine Größenordnung. Es kann mehr sein. Hier ist es ja sogar noch mehr. Aber das ist so eine Größenordnung, dass man sagt, okay, mit was ungefähr muss ich denn da rechnen? Und dann ist das immer ein ganz guter Grundgedanke. Das passt nicht immer so, aber das passiert so häufig, dass man das als Grundüberlegung mit reinnehmen kann. So, heute Intraday noch was machen. Ja, also wenn er mal eine Korrektur ein bisschen wackelig runterkommt, kann man natürlich auch Intraday dann nochmal versuchen einzusteigen. Also wenn ihr fünf Minuten oder auf irgendwelchen kurzen Zeitebenen etwas Korrektiv-Wackeliges runterseht, könnt ihr natürlich überlegen, da auch nochmal einen kurzfristigen Einstieg zu machen. Denkt dran, eventuell nach gerade so einem starken Anstieg, das kurz vor dem Feierabend doch nochmal Gewinnmitnahmen einsetzen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind übergeordnet in einem ganz klaren bullischen Szenario. Wir haben es 100 Mal angesprochen, also keine Überraschung. Und es sieht danach aus, als ob der Markt jetzt sagt, ja gut, dann spielen wir das Ganze jetzt auch. Der S&P, der ist am undeutlichsten. Nichtsdestotrotz, auch hier haben wir drüber gesprochen, über verschiedene Marken hier für mögliche Einstiege, für Möglichkeiten hier mit dabei zu sein. Also das läuft jetzt ja schon. Also die alten Marken können wir jetzt hier theoretisch rausnehmen. Dieser Markt gefällt mir nicht so gut. Und zwar kann das sein, dass der trotzdem kilometerweit steigt. Aber was halt auffällt ist, er ist halt doch sehr, sehr überschneidend, wo ich sage, ganz schön komplex. Der Profi wird jetzt vielleicht sagen, naja, Rüdiger, wäre das nicht denkbar. Das ist eine erste Welle, eine zweite Welle und jetzt die erste der dritten, zweite der dritten, dritte. Ja, ja, das geht. Aber dann will ich nicht mehr sehen, dass er hier durchgeht zum Beispiel. Also insofern, solange er nicht das Tief hier, wo haben wir das hier, 31. Mai hier in etwa, 4175 ungefähr, solange er diese Tiefs nicht durchstößt, ist alles erstmal in Ordnung. Wenn Rücksetzer korrektiv sind, ist auch alles in Ordnung. Also insofern das als grobe Orientierung, auch wenn das Bild hier ein bisschen hässlicher aussieht, haben wir das als ganz gute Idee. So, und dann beim Nasdaq auffällig ist, dass er zumindest mal nicht mein blaues Ding hier durchgeführt hat. Also das war ja eine Überlegung, also eine. Die erste geht mindestens mal bis hier hin. Das hat er nicht ganz erreicht, aber immerhin so fast. Eigentlich so halbwegs die Erwartungshaltung, dass er sogar noch mal hier runter geht in diese Kiste. Warum die Kiste? Naja, damit das mit dieser Korrektur so halbwegs größenordnungsmäßig, das müsste die eigentlich ein bisschen in die Länge ziehen hier, damit das, machen wir es mal so hier, dass das größenordnungsmäßig so halbwegs hinhaut mit dieser Geschichte. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte gesagt, hier bin ich mir nicht sicher, ob das eine scharfe oder eine Seitwärtskorrektur ist, weil das so ein Zwitterding ist, kann beides so halbwegs sein. Das Interessante, oder die Frage ist deshalb interessant, weil wenn es hier vorne eine scharfe Korrektur ist, das sage ich jetzt mal, das nehmen wir mal jetzt an, das ist möglich, wir haben es die Tage darüber besprochen, nehmen wir mal an, das ist eine scharfe Korrektur, dann wäre das im Ausmaß bis hierhin eigentlich jetzt eine scharfe Korrektur. Und noch mal zur Erinnerung, scharfe Korrekturen sehen sehr gerne so aus, der Punkt geht ein bisschen höher und danach geht es noch mal runter. Und wenn ich mir das angucke, ja, das ist so ungefähr das, was wir hier haben. Wir haben hier so eine erste Bewegung hierhin, jetzt ist der noch mal höher. Ich will es nicht ausschließen, dass wir sogar noch mal einmal runterkommen. Das passt zwar jetzt nicht zu dem Bild beim DAX, beim DAX, der ist nicht ganz so relevant, beim Dow Jones. Da sind wir ja eigentlich relativ gut unterwegs schon. Auf der anderen Seite haben wir auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten eigentlich gesehen, dass Dow und Nasdaq nicht Hand in Hand laufen. Ich würde mich also gar nicht wundern, wenn der DAX, nein, der Dow Jones, der amerikanische, die Wall Street, der amerikanische Markt, wenn der jetzt klettert und trotzdem die Nasdaq oder der Nasdaq 100 Future jetzt hier mal ein bisschen runterkommt. Das würde mich nicht wundern. Trotz alledem, der Bereich 14.000, 13.900 ist kein Killer für den Bullenmarkt. Das ist ein ganz normaler Rücksetzer. Er dürfte sogar noch ein bisschen tiefer gehen. Also das würde ich noch nicht mal 100% ausschließen. Wenn ihr Angst davor habt, dann solltet ihr eure Stops ein bisschen enger im Blick haben und dann sagen, okay, wenn er wirklich dreht, dann gehe ich raus. Wenn ihr etwas grobporiger unterwegs seid, eine Nummer größer, dann sollten eure Stops nicht oberhalb dieser Marke liegen, denn das wäre als Pendant dieser Korrektur ein ganz normales Verhalten, wo man dann sagt, ja, da will ich ja nicht ausgestoppt werden, wenn er dann das Ding macht, wenn ich es eigentlich überleben wollte. Also die Voraussetzung nach wie vor gut, ob mit oder ohne den Umweg, das ist so ein bisschen eine Sache. Hier seht ihr vielleicht im 5-Minuten-Chart so ein bisschen ein Indiz. Wahrscheinlich, bis ihr das Video seht, ist es zu spät. Aber denkt immer dran, wenn ihr eine scharfe Bewegung habt, wenn ihr etwas ABC-mäßiges habt und er hier triggert, ist eigentlich relativ realistisch, dass es dann noch mal so was passiert. Möglicherweise ist das quasi der Startschuss für das Bild, was wir hier haben. Also ich hoffe, dass ihr dieses Bild erkennt. Ich mache es mal auf Minute, damit ihr das möglichst feinporig hier noch mal seht. Dann habe ich das angefangen. Die drucken das jetzt. Ich kriege jetzt gleich das Fax vom Minuten-Chart. Aber nichtsdestotrotz, Schub runter, dann wackele ich nach oben. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Also jetzt ist es da. Genau. Ah, ihr seht schon, jetzt läuft er da schon so halbwegs. Also das war noch der Anstieg. Das war hier die Bewegung. Schub runter, so ein bisschen wackele ich hier hoch. Man sieht es hier gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Gehen wir wieder zurück hier. Da sieht man es ein bisschen deutlicher. Also der Kurs kam von unten. Wir haben hier die Schubbewegung. Wir sind hier vereinfacht. Also A, B, C. Trigger wäre sozusagen dieses Zwischentief mit Erwartungshaltung, dass er das Ganze noch mal fortsetzt. Das ist jetzt nur eine Idee. Bis ihr das Video seht, ist das entweder falsch falsifiziert. Aber ich möchte, dass sich eure Augen an dieses Bild ein bisschen gewöhnen. Wenn man sagt, okay, wenn der Rücksetzer in diese Kiste rein, ich mache das noch mal ein bisschen größer, also Fibonacci da gemessen, wenn er in diese Kiste hier reinläuft, 38, 50, 61, erste Welle runter, zweite Welle korrektiv, sprich A, B, C da hoch, dann wäre das eine Möglichkeit, dass der Kurs eben realistische Chancen hat. Hier runter auf 14,380, wohlgemerkt, das ist nicht immer so. Bitte seid nicht jetzt super begeistert, auch wenn das vielleicht nachher gut geht, im Sinne von, das klappt jetzt immer. Aber es ist eine hervorragende Orientierung, die ihr entweder als ein Filter für euer bestehendes Handelssystem mitbenutzen könnt, um einfach zu sagen, okay, wo traue ich ihm einfach mehr zu? Oder was ihr eben als eigenständigen Trade entsprechend planen könnt, wenn ihr das denn mögt. So, also, dann wollen wir mal hoffen, dass der Markt weiter im bullischen Bild bleibt. Die Marken, die wir hier angesprochen haben, sprechen im Moment eigentlich dafür, also der Verbleib oberhalb dieser Marken spricht dafür. Die Pattern sprechen eigentlich eine ganz gute Sprache, dass wir trotz Pause, das spielt gar keine große Rolle, in einem bullischen Bild bleiben. Mit eben der Chance auf mal kurze Rücksetzer, beim Nasdaq zumindest mal, beim Dow Jones vielleicht jetzt das Durchstarten, das, was da hier noch gefehlt hatte, nachdem der Nasdaq hier gelaufen ist. So, in diesem Sinne wünsche ich euch, falls wir uns vorher nicht mehr sehen, ein wunderschönes Wochenende. Ich sage ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.